Herzlich Willkommen zurück bei Dead Space. Kevin ist noch nicht bereit, Matz ist noch nicht bereit, mir ist das egal. Das ist Viehschlaute irgendwie. Ach, Viehschlaute! Ja, das wird doch... Super. Ja, der Stufel leise geht nicht, deswegen finde ich die anderen Gruppe, die zwar russisch zusammengeflickt sind, besser. Aber warum auch mit mir hören? Hat mir auch keiner gemacht. Eigentlich haben wir uns nicht gehört und deswegen haben wir es ja in der letzten Folge ein geschafftes Resseln zu lösen. Siehst du mir die Dinger, da fühlst du aus wie die Dinger, hab ich nicht. Ich hab dich auch lieb, danke Matz. Was muss man denn jetzt eigentlich machen, nachdem das Ding dort... Ah, dann müssen wir zurück. Kriege ich hin. Ich würde sagen, fair wäre es jetzt, wenn Robert Schüttler oder Feinde bekommt. Krieg schön. Nicht? Wir haben ein Rätsel gelöst und Robert muss jetzt schnitzeln. Typische Dead Red. Wächst Munition auf den Bäumen bei dir? Ja. Also du hast ihn nicht gesehen. Nee. Jetzt probert, was machst du denn da? Da Emotree. Kräftig. Entschuldigung. Aber das sieht man. Ah, ob der schon tot ist, du. Ich glaube, das tut mir so. Na, vielleicht ist das auch tot. Das klingt so, als wäre er noch irgendwo so ein Viech. Ich weiß nicht, ich hab keinen Ton. Dead Space verliert von der Atmosphäre richtig viel, wenn man keinen Ton hat. Ja. Wir haben nur zwei Kopfhörer. Wir haben so einen Klinkenanschluss, der aufgeteilt wird. Und jetzt kommt der kleine so ein Viech. Deswegen zieht einer hier immer den kürzeren. Das wird immer fair aufgeteilt. In Borderlands wäre ich jetzt zwischen Aufzug und Deck zerpletscht worden. Das passiert relativ häufig in irgendeinem Richtung. Tragischerweise, ja. Na, komm mit. Komm mit, lauf weg. Das haben wir in der Grundschule gespielt. War so ein typisches Haschisch-Spiel. Was? Haschisch? Ne, Hasche hat man das doch genannt. Oder Klammer-Hasche gab's denn noch? Haschisch-Spiel. Ich hab's aber auch verstanden. Ja, siehste? Ne, das war nicht der Lift, wo wir ihn müssen haben. Gibt's denn hier keinen Lift? What is the lift you're looking for? Lift-Office-Aftschule. Ey, wir werden dafür nicht bezahlt. Oder wirst du dafür bezahlt? Stimmt. Naja. Product-Placement. Kann sich einfach für die Konkurrenz werben. Sorry. Aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich das Ding hätte mitnehmen müssen. Kannst du doch erstmal mit rein schieben. Wie, wie meinst du? Erstmal fragen, ob du bezahlt werden. Wir würden uns doch nie auf einen Werbe-Deal hier einlassen. Da, da dringe ich ja noch viel lieber die schmackhafte Coca-Cola aus. Was? Oder ein Monster-Energy. Spielst du das Monster in dir? Mann! Ich wäre erklärt zum Monster. Ist das denn eine große Veränderung? Das passt so irgendwie nicht mehr rein. Hm. Na ja, gut. Hä? Ich muss dorthin? Aber ich bin nur von unten gekommen. Ja, vielleicht gab's da noch was. Dann muss ich das Ding tatsächlich wieder rein loschen. Da ist ein eifriger Zuschauer, ein schlauer Kevin. Habt du das aber schon erst mal gemacht? Du guckst Dead Space? Nee. Äh, vielleicht gab's noch nicht. Achso. Was wir? Wofür denn? Ja. Aus Versehen. Nicht mit Absicht. Wofür sollen wir denn geworben haben? Wüsste ich nicht. Tatsächlich wie so runter? Bin mir fast sicher, dass du schon irgendwann mal... Gerade das mit dem Getränk hast du schon mal gesagt. Das kann sein, ja. Das war wirklich nicht mit Absicht. Wir kamen es nur gerade mit Cynthia. Da liegt Zeug drückgelassen. Nein, unsere Dead Space sind werbefrei und immer sauber. Genauso sauber wie ihre Wohnung mit Meisterpropperwörter. Hätten wir noch nie rausgemusst. Da schau her. Tja, muss doch noch mal zur dicke Mode, ja? Schau her. Rum jetzt? Äh... Ja. Gut um ans Questloch. Manchmal ist es doch nicht so unhilfreich. Unhilfreich. Ja, ich wollte es irgendwie retten. Ich glaube jetzt musste das Stausen-Todo. Ach ja. Dieser Stress. Die Scheichen hier oben wechseln, nein. Eins, zwei oder drei. Was ist denn das für ein Geschrei? Okay. SOS-Sender finden. Äh... Ich muss den SOS-Sender an Asteroiden anbringen. Das haben wir gemacht. Äh... Abgebauten Asteroiden werden vom Gravitationsstrahl gehalten. Ich muss sie alle deaktivieren. Wie deaktiviere ich denn? Trofaat. Du hast die Gerechte und dann steht das Ding. Nein. Nein. Du musst... Lass das mal vom Kevin erklären. Dann sag an. Ich bin der Meinung, dass du das dann stausen musst, wenn das die... Ähm... Kevin halt den Durchblick. Da spielst du auch schon viel länger als du. Seh ich auch so. Ich geh erstmal Stasen holen. Das musst du mit einem hier auch machen. Böööö. Einen alten Scheiß muss ich. Warte, warte, warte. Bewegen sich dann auch die Dinger nicht mehr? Das wäre übelst mies, ne? Doch, bewegen sich noch. Gott sei Dank. Der Ende der Schwerelosigkeit. Genau. Richtig. Die C sind nur temporär D. Das macht mich natürlich jetzt bisschen stolz, dass ich wenigstens geschafft habe, nachdem ich vorhin gefehlt habe. Und die Schwerelosigkeit. Bist rehabilitiert. Bist du schon? Durch andere Verteidigung. Wir haben alle ein bisschen gefehlt an der Kugel. Ja, aber es trifft immer nur den primär, der spielt. Ja. Rohr macht das mal alles kaputt. Rohr ist doch zu störerisch. Kapott. Kapott. Ja doch. Ich war mal kurz so, dachte auch kein Nikolchen machen hier. Wir haben das aus. Na, nicht das Endwort. Was? Nikolchen. Was machst du da? Das wirst du mit dem Kollegen. Mann. Willst du den Brot sehen? Hey, Maura. Haben wir noch wen? Da. Robert macht sein Hobby nehme ich auch gerne mal ein Krematorium auf. Ja. Muss. Halt. Falsche Taster. Krematorium Lehmann. Sie killt den Brillen. Ja. Selten. Können. Das ist schon echt idiotensicher gemacht. Irgendwas tust du immer. Ja, ja. Ja. Ich hörte mal auf die Kugel gehen. Das ist immer lustig. Hahaha. Wo sind denn die anderen Strahlen? Sind draußen. Was? Da ist einer. Oh, ne. Nicht alle drin? Ne, ne. Wo siehst du denn die anderen? Weiß ich nicht. Wie? Du mal speichern. Wie? Jetzt. Gib ihm. Stopp. Auch. Nicht so. Och, Mann. Jetzt bist du. Go, go, go. Boah, das sieht geil aus. Alter, das sieht richtig nice aus, muss ich sagen. Wo schneiden? Ne, das gefällt mir. Was hat er denn hier vorn auf uns geschossen? Tja, das ist die Frage. Find's doch mal raus. Auf alle Fälle geht das von irgendwie 100 abwärts. Ja, das ist unsere Luft, weil hier ist ja keine Atmosphäre. Nix Atmosphäre, nix gut. Allerdings, wenn hier nix Atmosphäre ist, warum dann Explosion? Aber Robert sammelt in aller Ruhe erstmal ein. Ja, ja, erstmal looten gehen. Die Luft wird knapp. Robert. Was denn? Wir haben noch Sauerstofftanks mit. Weißt du, wie man die schnell einsetzt? Nö. Super. Eine Minute Zeit. Das raus ist so für dich. Klasse. Also ihr merkt, Robert ist eher so der, der chillt und... Das ist erstaunlich bei Dead Space, ne? Wir sind da schon ein bisschen vorsichtiger. Ladung 8772 ist nicht mehr gesichert. Ungeschulte Mitarbeiter werden gebeten, sofort den Sektor zu verlassen. Ja, ist sowas von geschult. Was machst du jetzt? Nein. Ich denke mal, ich muss wieder reingehen. Bewegt sich das noch? Probier's. Ja, bewegt sich das noch. Was ist das so geil? Hätte schon viel Schönes gehabt, ja. Ich glaube, ich hätte gelegt. Was ist denn? Steuerung. Du musst aber gar nicht... Ja, aber ich werde trotzdem erstmal reinschweben, um Luft zu holen. Um meine Stase aufzuladen. Deine Lebensenergie. Stase. Das ist ein sehr vieles. So slow life. Na ja. Guck mal. Was bist du? So slow life. Das ist wie hier High Life. Ha. Awesome. I am so massively proud of you. Jaja, du bist meine Frau. Das ist schon klar. Aber ich bin das große Löffelchen, ja. Du hast mich gerade vor Angst noch in Korea absetzen, wenn das so wäre. Was ist denn jetzt unsere Aufgabe? Weg gehen! Und da rein! Wo bin ich nochmal hierher gekommen? Ja, das will ich auch nicht. Weil du nix kannst! Ja, ich seh schon. Mats hat das erste Rätsel gelöst, ich das zweite. Ich hab das dritte gelöst. Du hast einfach nur geschossen. Da war kein Brotwitz. Doch. Naja, du hast ja noch ein paar Minuten Zeit. Ich hab's umgesetzt. Toll. Damit gewinnst du vielleicht bei Bankrutschen aber. Oh! Feuer! Das sieht doch nach Spaß aus. Muss du durcherst wollen. Wenn du den Grill wärm nimmst. Ich denk, man kann nicht mehr. Doch, kann man. Gar nicht mit einer schweren Losigkeit. Das ist so. Hab ich ja mal erzählt. Echt? Ja. Das Gute ist die Sorte. Ja. Sieh also, als würde das hier gar nicht aufkommen. Ich würde hier durchgehen. Tja. Dann gehst du jetzt ein Stück vor, dann gehst du nach rechts, dann nach links. Warte doch nicht immer alles. Wie lustiger ist das in den Hof, was voll angeht. Ha! Wie ist das denn so? Ja. Hast du denn Glück? Mensch. Ja. Ich dachte, das ist halt ein Zusammenspiel. Ja. Na, hat so nichts... In 10 Minuten gibt's Abendessen. Es gibt's'n. Lachs Carpaccio. Schon wieder. So, soll ich euch mal was verraten? Ich glaub, diesmal hätte ich wirklich den Block mitnehmen müssen, um rauszukommen. Ja, das ist nicht unwahrscheinlich. Ah, du kannst erst noch ein bisschen kaufen. Ja, genau. Ich geh mal wieder shoppen. Bringst du mir was Schönes mit? Nee. Anzug Level 4. Nice. Ja, kaufen. Ich hab noch nicht genug Geld. Ui. Wir haben zwei Goldplatten. Vertick die. Ging das jetzt? Da kriegen wir doch nur 5.000 für. Nee, wurscht. Die sind ganz oben. 3.000. Oh Gott. Ja, da ist nicht viel mit kaufen, Robert. Das heißt, nicht sparen, sparen, sparen. Ist das ein 18.000 wert? Unser Pulsgewehr. Das würde ich jetzt lieber... Nee, nicht für den Anzug. Da würde ich lieber noch ein bisschen machen. Dann sparen wir noch ein bisschen. Der Anzug rennt uns jetzt nicht weg. Was ist denn safe? Was ist denn safe? Nee. Safe nicht. Da haben wir nichts abgelegt, oder? Der Anzug wäre schon geil. Ja, den kriegen wir ja noch. Aber deswegen würde ich jetzt nicht eine unserer besten Waffen nehmen. Nee, das stimmt. Das stimmt. So, äh... Ja. Oh, das Verwerbliche. Wäre wohl nochmal zurückgehen müssen, oder? Am Mittwoch. Ja. Muss ich. Ansonsten funktioniert der Aufzug nicht. Am Mittwoch. Haben wir Energieknoten? Nee, aber... Würde nicht rumlaufen. Ich glaube, die haben aber letztes Mal alle auf den Kopf gehauen. Ja, aber... Ja, kann ja nicht alles haben. Hat er irgendwo eine Speicherstation? Ich meine schon, aber ich glaube, hindere ich mal auf zu. Ich weiß ja, hm? Tja. Da wäre ich wohl tatsächlich nochmal... Nein! Da werde ich nochmal... Nein! Nein! Da werde ich nochmal? Nein! Du ein Glück, Mensch! So, trotzdem muss ich nochmal zurückgehen. Aber immerhin weiß ich jetzt, wie ich gehen muss. Das ist nicht dein Ernst. Das hätte fast nicht gehen können. Ja, na klar. Du stehst ein bisschen auf heißen Sohn, oder? Hallo! Zieh doch mal kräftig! Schon mal dran ziehen. Kommst du nicht. Wollen wir die Brünerin auch nicht gegriffen werden? Ein Applaus! Kurze militärische Applaus. So! Wo bin ich jetzt mit dem Klumpen? Wegschmeißen! Es ist mich böse, wenn ich das jetzt einfach reinfeuern würde. Ah, hier sind die rausgekommen, die ich drüben reingeschmissen habe. Sehr schön. Toll! Super! Der Lauf des Lebens! Ist es nicht der Lauf des Todes? Ja, aber das klingt... Die waren doch schon tot. Das klingt nicht so... ...freundlich. Man muss das Schiff ja mal mit guten Gedanken füllen. Das Spirit muss rüberkommen. Die Vibes sind so negativ in dem Schiff. Man muss das Feng Shui richtig ausrichten. Oh je, das Feng Shui ausrichten. Das ist eine kacke Arbeit. Das ist eine kacke Arbeit. Ich muss mich nicht drauf lassen. Alles, was lebt, ist schlecht hier drinnen. Was? War das jetzt... War das jetzt eine herrsche Selbstkritik? Ja. Gut. Oh ne, falsche Taste, so. Knoten! Knoten! Jaaa, ich seh da auch einen Fallen. Knoten! Ist das gut bei dir, meinst du? Ja, mir geht's super. Den könnten wir auch verkaufen für einen Anzug. Jaaa, die Knoten sind mir dann doch ein bisschen zu selten. Was denn jetzt gesehen? Sind wir ein bisschen blöd? Jetzt mal Acht da! Weil ich sagte, ja, ganz ruhig, ich hole ihn schon. Die Werkbank dort geht nicht, oder? Wo? Es war da nicht links ne Werkbank? Ne, das ist bloß ein Terminal. Ne, alles cool. Und dann drück mich mal hier. Kevin stimmt hier pantomimisch Lasketscherband. Das ist ja, hey. Lade 872 gezündet. Wir sind das unterwegs. Mal gucken, meine Frau. Alle Funktionen normal sendet über Breitband. Hab nur noch zu hoffen, dass jemand das Signal hört. Ich werde den Array-Empfänger aufstellen. Ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder gesehen. Er winkte mir zu. Als ob alles in Ordnung wäre. Okay. Der Kanal sollte jetzt offen bleiben. Was? Der Array-Empfänger der Com-Anlage reagiert nicht. Isaac, kannst du zurück zur Brücke? Wir müssen das Array online bringen. Was im Moment? Wie haben sie gerade ausgeklinkt? Wie haben sie gerade ausgeklinkt? Das war der Sender. So liebe Freunde, ich werde jetzt noch mal zu der Speicherstation gehen. Das ist Firestore, ne? Oder auch nicht. Hahaha. Ja. Kann man machen. Kann man auch lassen, ne? Passt du aus. Ich füße es dir nicht. Ich habe alle kein Geld dabei. Das finde ich bloß. Das hört sich blöd. hui 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 weg weg vom Baby vom Baby Beiseballen Jetzt schießen hast du das echt nicht so gemacht Ne, das ist so was... Es ist so sack Als wir angefangen haben zu spielen hast du noch ein Grusel Spiel aber bitte mit Waffe Was macht der jetzt? Ja ja Er ernt die ganze Zeit durch und vermerkt den eben drüber Das hätte man genug auch mal mit Ammo machen können Und dann lassen wir die noch mit jedem Resten Wissen? So einer ist es Naja Ich hatte meinen Fehl noch zu machen Dann sind die Medikids immer alle wenn ich spiele Das ist der Lauf der Lauf der Dinge Ach so schlimm ist gar nicht Das war schon schlimmer Ich kann damit umgehen ich habe für mich gelernt das zu akzeptieren So ich werde jetzt nochmal nach unten fahren und speichern Ich glaube so was in die Richtung hast du schon mal erwähnt Muss ich wahrscheinlich eh So wie das hier aussieht Da bin ich mir nicht sicher du warst heute nicht sehr Deine Treffercode bei der Wegbeschreibung war heute nicht sehr hoch Generell bei der Wegfindung Und überhaupt Und überhaupt in generell und absolut So und nachdem ich gespeichert habe machen wir hier Schluss an der Stelle Also jetzt Tschüss Also jetzt Genau Haut rein Verabschieden uns und sagen Tschüss und bis bald Ciao